1. Buch Die Massenseele 1. Kapitel Allgemeine Charakteristik der Massen Das psychologische Gesetz ihrer seelischen Einheit Im gewöhnlichen Wortsinne bedeutet Masse eine Vereinigung irgendwelcher Individuen von beliebiger Nationalität, beliebigem Berufe und Geschlecht und beliebigem Anlasse der Vereinigung. Vom psychologischen Gesichtspunkt bedeutet der Ausdruck Masse etwas ganz anderes. Unter bestimmten Umständen und bloß unter diesen besitzt eine Versammlung von Menschen neue Merkmale, ganz verschieden von denen der diese Gesellschaft bildenden Individuen. Die bewusste Persönlichkeit schwindet. Die Gefühle und Gedanken aller Einheiten sind nach derselben Richtung orientiert. Es bildet sich eine Kollektivseele, die wohl transitorischer Art, aber von ganz bestimmtem Charakter ist. Die Gesamtheit ist nun das geworden, was sich mangels eines besseren Ausdrucks als organisierte Masse oder, wenn man lieber will, als psychologische Masse bezeichnen werde. Sie bildet ein einziges Wesen und unterliegt dem Gesetz der seelischen Einheit der Massen. L'Oie de l'Unité mentale de foule Augenscheinlich ist es nicht der Umstand allein, dass viele Individuen sich zufällig zusammenfinden, wodurch sich diese Eigenschaften einer organisierten Masse annehmen. Tausend zufällig auf einem öffentlichen Platze vereinigte Individuen ohne bestimmten Zweck bilden keineswegs eine Masse im psychologischen Sinne. Zur Erlangung der speziellen Merkmale dieser gehörte Einfluss gewisser Reize, deren Wesen wir zu bestimmen haben. Das Schwinden der bewussten Persönlichkeit und die Orientierung der Gefühle und Gedanken nach einer bestimmten Richtung, das die ersten Merkmale der sich organisierenden Masse bildet, erfordert nicht immer die gleichzeitige Anwesenheit mehrerer Individuen an einem einzigen Orte. Tausende getrennte Individuen können in gewissen Momenten unter dem Einfluss gewisser heftiger Gemütsbewegungen etwa eines großen nationalen Ereignisses die Merkmale einer psychologischen Masse gewinnen. Es braucht dann nur ein Zufall, sie zu vereinigen, damit ihre Handlungen sogleich die spezifischen Merkmale der Massenhandlungen annehmen. In gewissen Momenten kann ein halbes Dutzend Menschen eine psychologische Masse konstituieren, während hunderte zufällig vereinigter Menschen sie nicht konstituieren können. Andererseits kann ein ganzes Volk ohne sichtbare Zusammenscharung unter dem Einfluss gewisser Faktoren zu einer Masse werden. Hat sich eine psychologische Masse gebildet, so erwirbt sie provisorische, aber bestimmbare allgemeine Merkmale. Diesen gesellen sich besondere Merkmale veränderlicher Art hinzu, je nach den Elementen, aus denen die Masse sich zusammensetzt und durch welche deren geistige Struktur modifizierbar ist. Die psychologischen Massen sind also einer Klassifikation zugänglich und wir werden, wenn wir zu einer solchen gelangen, sehen, dass Heterogene, das heißt aus ungleichartigen Elementen zusammengesetzte Massen, mit den homogenen, das heißt aus mehr oder minder ähnlichen Elementen zusammengesetzten Massen, Sekten, Kasten, Klassen, Merkmale gemein haben und außerdem noch Besonderheiten aufweisen, durch die sie sich voneinander unterscheiden lassen. Bevor wir uns aber mit den verschiedenen Kategorien der Masse befassen, müssen wir zuerst die allen gemeinsamen Merkmale untersuchen. Wir werden gleich dem Naturforscher vorgehen, der mit der Beschreibung der allgemeinen Merkmale, welche allen Individuen gemein sind, beginnt, bevor er sich mit den besonderen Merkmalen befasst, welche die Unterscheidung der Gattungen und der Arten dieser Familie ermöglichen. Die genaue Schilderung der Massenseele ist nicht leicht, weil ihre Organisation nicht bloß je nach Rasse und Zusammensetzung der Gesamtheiten, sondern auch je nach der Natur und dem Grade der Anreize, denen diese Gesamtheiten unterliegen, variiert. Aber dieselbe Schwierigkeit besteht für das psychologische Studium jeglicher Individuen. Nur in Romanen sieht man die Individuen mit einem konstanten Charakter durchs Leben gehen. Die Gleichförmigkeit des Milieus allein schafft die sichtbare Gleichartigkeit der Charaktere. Ich habe anderwärts gezeigt, dass alle geistigen Konstitutionen Charaktermöglichkeiten enthalten, die sich bei einem jähen Wechsel des Milieus offenbaren können. So fanden sich unter den wildesten, grausamsten Konventmitgliedern gutmütige Bürger, die unter normalen Verhältnissen friedliche Notare oder ehrsame Beamte gewesen wären. Nach dem Sturm nahmen sie ihren Normalkarakter als friedliche Bürger wieder an. Unter ihnen fand Napoleon seine willigsten Diener. Da wir hier nicht alle Stufen der Massenbildung studieren können, werden wir sie besonders in der Phase ihrer vollständigen Organisation ins Auge fassen. Wir werden derart sehen, was sie werden können, nicht, was sie immer sind. Diese fortgeschrittene Organisationsphase allein ist es, in der sich auf dem unveränderlichen und vorherrschenden Rassenuntergrunde gewisse neue und besondere Merkmale aufbauen und wo sich die Orientierung aller Gefühle und Gedanken der Gesamtheit nach einer identischen Richtung vollzieht. Hier nun zeigt sich, was ich oben als das psychologische Gesetz der seelischen Einheit der Massen genannt habe. Es gibt unter den psychischen Merkmalen der Massen solche, welche sie mit isolierten Individuen gemein haben können, während andere wieder für sie durchaus spezifisch und nur bei Gesamtheiten anzutreffen sind. Diese spezifischen Merkmale wollen wir zunächst studieren, um ihre Bedeutung so recht darzutun. An einer psychologischen Masse ist das Sonderbarste dies. Welcher Art auch die sie zusammensetzenden Individuen sein mögen, wie ähnlich oder unähnlich ihre Lebensweise, Beschäftigung, ihr Charakter oder ihre Intelligenz ist, durch den bloßen Umstand ihrer Umformung zur Masse besitzen sie eine Art Kollektivseele, vermöge deren sie in ganz anderer Weise fühlen, denken und handeln, als jedes von ihnen für sich fühlen, denken und handeln würde. Es gibt Ideen und Gefühle, die nur bei den zu Massen verbundenen Individuen auftreten oder sich in Handlungen umsetzen. Die psychologische Masse ist ein provisorisches Wesen, das aus heterogenen Elementen besteht, die für einen Augenblick sich miteinander verbunden haben, genauso wie die Zellen des Organismus durch ihre Vereinigung ein neues Wesen mit ganz anderen Eigenschaften, als denen der einzelnen Zellen bilden. Im Widerspruch mit einer Anschauung, die sich befremdlicherweise bei einem so scharfsinnigen Philosophen, wie Herbert Spencer es ist, findet, gibt es in dem eine Masse bildenden Aggregat, keineswegs eine Summe und eine Durchschnittszahl der Elemente, sondern eine Kombination und Bildung neuer Elemente, genauso wie in der Chemie sich bestimmte Elemente, wie zum Beispiel die Basen und Säuren, bei ihrem Zusammenkommen zur Bildung eines neuen Körpers verbinden, dessen Eigenschaften von denen der Körper, die an seinem Zustandekommen beteiligt waren, völlig verschieden sind. Leicht ist die Feststellung des Maßes von Verschiedenheit des einer Masse Angehörenden vom isolierten Individuum. Weniger leicht ist aber die Entdeckung der Ursachen dieser Verschiedenheit. Um diese Ursachen wenigstens einigermaßen zu finden, muss man sich zunächst der von der modernen Psychologie gemachten Feststellung erinnern, dass nicht bloß im organischen Leben, sondern auch in den intellektuellen Funktionen die unbewussten Phänomene eine überwiegende Rolle spielen. Das bewusste Geistesleben stellt nur einen recht geringen Teil neben dem unbewussten Seelenleben dar. Die feinste Analyse, die schärfste Beobachtung gelangt nur zu einer kleinen Anzahl bewusster Motive des Seelenlebens. Unsere bewussten Akte leiten sich aus einem besonders durch Vererbungseinflüsse geschaffenen unbewussten Substrat her. Dieses enthält die zahllosen Ahnenspuren, aus denen sich die Rassenseele konstituiert. Hinter den eingestandenen Motiven unserer Handlungen gibt es zweifellos die geheimen Gründe, die wir nicht eingestehen, hinter diesen aber liegen noch geheimere, die wir nicht einmal kennen. Die Mehrzahl unserer alltäglichen Handlungen ist nur die Wirkung verborgener, uns entgehender Motive. Es sind vornehmlich die der Rassenseele zugrunde liegenden unbewussten Elemente, wodurch sich alle Individuen dieser Rasse ähneln. Und sie, die Produkte der Erziehung, noch mehr aber einer außerordentlichen Erblichkeit sind es, wodurch sie sich unterscheiden. Die an Intelligenz unähnlichsten Menschen haben äußerst ähnliche Triebe, Leidenschaften und Gefühle. In allem, was Gegenstand des Gefühls ist, Religion, Politik, Moral, Sympathien und Antipathien usw., überragen die ausgezeichnetsten Menschen nur sehr selten das Niveau der gewöhnlichsten Individuen. Zwischen einem großen Mathematiker und seinem Schuster kann intellektuell ein Abgrund klaffen, aber hinsichtlich des Charakters ist der Unterschied sehr oft nichtig oder sehr gering. Nun sind eben diese allgemeinen Charaktereigenschaften, die vom Unbewussten beherrscht und die der Mehrzahl der normalen Vertreter einer Rasse ziemlich gleichmäßig zukommen, dasjenige, was in den Massen vergemeinschaftlicht wird. In der Kollektivseele verwischen sich die intellektuellen Fähigkeiten und damit auch die Individualität der Individuen. Das Heterogene versinkt im Homogenen und es überwiegen die unbewussten Qualitäten. Eben diese Vergemeinschaftlichung der gewöhnlichen Eigenschaften ist es, was uns erklärt, warum die Massen niemals Handlungen, zu welchen eine besondere Intelligenz gehört, ausführen werden können. Die Entscheidungen von allgemeinem Interesse, die von einer Versammlung hervorragender, aber verschiedenartiger Leute getroffen werden, sind jenen, welche eine Versammlung von Dummköpfen treffen würde, nicht merklich überlegen. Sie können in der Tat nur die mittelmäßigen Allerweltsqualitäten verallgemeinschaftlichen. Es ist die Dummheit, nicht der Geist, was sich in den Massen akkumuliert. Es hat nicht, wie man so oft wiederholt, die ganze Welt mehr Geist als Voltaire, sondern Voltaire hat gewiss mehr Geist als die ganze Welt, wenn man unter dieser die Massen versteht. Beschränkte sich aber bei den zur Masse gehörenden Individuen die Vergemeinschaftlichung auf die gewöhnlichen Eigenschaften eines jeden von ihnen, dann gäbe es nur einen Durchschnitt, aber nicht, wie wir sagten, eine Schöpfung neuer Merkmale. Wie kommt es zu diesen neuen Merkmalen? Das haben wir jetzt zu erforschen. Verschiedene Ursachen haben an dem Auftreten dieser Eigentümlichkeiten der Massen, welche die Individuen nicht besitzen, Anteil. Die erste dieser Ursachen besteht darin, dass das Individuum in der Masse schon durch die Tatsache der Menge ein Gefühl unüberwindlicher Macht erlangt, welches ihm gestattet, Trieben zu frönen, die es allein notwendig gezügelt hätte. Es wird dies nun umso weniger Anlass haben, als bei der Anonymität und demnach auch Unverantwortlichkeit der Masse das Verantwortlichkeitsgefühl, welches die Individuen stets zurückhält, völlig schwindet. Eine zweite Ursache, die Ansteckung, trägt ebenso dazu bei, bei den Massen eine Äußerung spezieller Merkmale und zugleich deren Richtung zu bewerkstelligen. Die Ansteckung ist ein leicht zu konstantierendes, aber unerklärliches Phänomen, dass man den von uns sogleich zu studierenden Phänomenen hypnotischer Art zurechnen muss. In der Masse ist jedes Gefühl, jede Handlung ansteckend und zwar in so hohem Grade, dass das Individuum sehr leicht sein persönliches Interesse dem Gesamtinteresse opfert. Es ist dies eine seiner Natur durchaus entgegengesetzte Fähigkeit, deren der Mensch nur als Massenbestandteil fähig ist. Eine dritte, und zwar die wichtigste Ursache, bedingt in den zur Masse vereinigten Individuen besondere Eigenschaften, welche denen des isolierten Individuums völlig entgegengesetzt sind. Ich rede hier von der Suggestibilität, von der die erwähnte Ansteckung übrigens nur eine Wirkung ist. Zum Verständnis dieser Erscheinung gehört die Vergegenwärtigung gewisser neuer Entdeckungen der Psychologie. Wir wissen jetzt, dass ein Mensch mittels mannigfacher Prozeduren in einen solchen Zustand versetzt werden kann, dass er nach Verlust seiner ganzen bewussten Persönlichkeit allen Suggestionen desjenigen gehorcht, der ihn seines Persönlichkeitsbewusstseins beraubt hat, und dass er die zu seinem Charakter und seinen Gewohnheiten in schärfstem Gegensatz stehenden Handlungen begeht. Nun scheinen sehr sorgfältige Beobachtungen darzutun, dass ein eine Zeitlang im Schoße einer tätigen Masse eingebettetes Individuum in Bälde durch Ausströmungen, die von ihr ausgehen, oder durch sonst eine unbekannte Ursache in einem Sonderzustand sich befindet, der sich sehr der Faszination nähert, die den Hypnotisierten unter dem Einfluss des Hypnotisators befällt. Indem das Hirnleben beim Hypnotisierten paralysiert wird, wird dieser der Sklave aller unbewussten Funktionen seines Rückenmarks, die der Hypnotisator nach seinem Belieben lenkt. Die bewusste Persönlichkeit ist völlig geschwunden, Wille und Unterscheidungsvermögen fehlen, alle Gefühle und Gedanken sind nach der durch den Hypnotisator hergestellten Richtung orientiert. So ungefähr verhält sich auch der Zustand des einer psychologischen Masse angehörenden Individuums. Es ist sich seiner Handlungen nicht mehr bewusst. Wie beim Hypnotisieren können bei ihm, während zugleich gewisse Fähigkeiten aufgehoben sind, andere auf einen Grad höchster Stärke gebracht werden. Unter dem Einfluss einer Suggestion wird es sich mit einem unwiderstehlichen Triebe an die Ausführung bestimmter Handlungen machen. Und dieses Ungestüm ist bei den Massen noch unwiderstehlicher als beim Hypnotisierten, weil die für alle Individuen gleiche Suggestion durch Gegenseitigkeit anwächst. Die Individuen, welche in der Masse eine zum Widerstande gegen die Suggestion hinreichend starke Persönlichkeit haben, sind in zu geringer Anzahl vorhanden, um gegen den Strom zu kämpfen. Höchstens können sie vermittels einer anderen Suggestion eine Ablenkung versuchen. So hat zum Beispiel oft ein glücklicher Ausdruck, wenn zu rechter Zeit hervorgerufenes Bild die Massen von den blutigsten Taten abgehalten. Die Hauptmerkmale des in der Masse befindlichen Individuums sind demnach Schwund der bewussten Persönlichkeit, Vorherrschaft der unbewussten Persönlichkeit, Orientierung der Gefühle und Gedanken in derselben Richtung durch Suggestion und Ansteckung, Tendenz zur unverzüglichen Verwirklichung der suggerierten Ideen. Das Individuum ist nicht mehr es selbst, es ist ein willenloser Automat geworden. Ferner steigt durch die bloße Zugehörigkeit zu einer organisierten Masse der Mensch mehrere Stufen auf der Leiter der Zivilisation herab. In seiner Vereinzelung war er vielleicht ein gebildetes Individuum, in der Masse ist er ein Barbar, das heißt ein Triebwesen. Er besitzt die Spontaneität, die Heftigkeit, die Wildheit und auch den Enthusiasmus und Heroismus primitiver Wesen. Diesen nähert er sich noch durch die Leichtigkeit, mit der er sich von Worten und Bildern, die auf jedes einzelne Individuum gänzlich ohne Wirkung wären, beeinflussen und zu Handlungen, die zu seinen entschiedenen Interessen und bekanntesten Gewohnheiten im Widerspruch stehen, verführen lässt. In der Masse gleicht das Individuum einem Sandkorn in einem Haufen anderer, das der Wind ungehindert emporwirdet. So sieht man geschworene Urteile abgeben, die jeder Geschworene als Einzelner missbilligen würde, Parlamente, Gesetze und Maßnahmen annehmen, die jedes Mitglied als Einzelner ablehnen würde. Die Männer des Konvents waren jeder für sich aufgeklärte Bürger mit friedlichen Gewohnheiten. Zur Masse vereinigt zauderten sie nicht, die grausamsten Vorschläge zu billigen, die offenbar unschuldigsten Individuen aufs Schafott zu schicken und, im Gegensatz zu allen ihren Interessen, auf ihre Unverletzlichkeit zu verzichten und sich selbst zu dezimieren. Nicht bloß durch seine Handlungen weicht das Mitglied der Masse so wesentlich von sich selbst ab. Schon bevor es jede Unabhängigkeit eingebüßt, haben sich seine Gedanken und Gefühle umgeformt, und zwar so sehr, dass der Geizige zum Verschwender, der Skeptiker zum Gläubigen, der Ehrenhafte zum Verbrecher, der Hasenfuß zum Helden wird. Der Verzicht auf alle seine Privilegien, den in einem Augenblick des Enthusiasmus der Adel in der berühmten Nacht vom 4. August 1789 leistete, wäre sicherlich niemals von dessen Mitgliedern als Einzelnen angenommen worden. Es ist aus dem Vorstehenden zu schließen, dass die Masse stets dem isolierten Menschen intellektuell untergeordnet ist, hinsichtlich der Gefühle und der durch diese bewirkten Handlungen aber unter Umständen besser oder schlechter sein kann. Es hängt alles von der Art der Suggestion ab, unter der die Masse steht. Dies haben die Autoren, welche die Masse nur vom kriminologischen Gesichtspunkt aus studiert haben, vollständig verkannt. Zweifellos ist die Masse oft verbrecherhaft, oft aber ist sie auch heldenhaft. Die Massen sind es besonders, die man für den Triumph eines Glaubens oder eine Idee in den Tod schickt, die man für Ruhm und Ehre begeistert, die man im Zeitalter der Kreuzzüge fast ohne Brot und Wasser zur Befreiung eines göttlichen Grabes oder, wie im Jahre 1793, zur Verteidigung des vaterländischen Bodens fortreißt. Gewiss ein unbewusster Heroismus, aber durch solche Heroismen vollzieht sich die Geschichte. Sollten auf das aktive Konto der Völker nur die kaltvernünftigen Großtaten geschrieben werden, es würden in den Weltanalen nur ihrer wenige verzeichnet sein. Zweites Kapitel Gefühlsleben und Sittlichkeit der Massen Nach dieser ganzen allgemeinen Aufzeigung der Hauptmerkmale der Massen haben wir nun diese Merkmale im Einzelnen zu untersuchen. Wie wir sehen werden, gibt es unter den Sondereigenschaften der Masse solche wie Impulsivität, Reizbarkeit, Unfähigkeit zum logischen Denken, Mangel an Urteil und kritischem Geist, Überschwang der Gefühle und andere, die sich ebenso beim Wesen von niederer Entwicklungshöhe wie bei Frauen wilden Kindern finden. Aber ich streife diese Analogie nur leicht, denn ihre Ausführung würde über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen. Auch wäre sie für die mit der Psychologie der Primitiven Vertrauten unnötig und ohne rechte Überzeugungskraft für jene, die in ihr nicht bewandert sind. Ich führe nun die verschiedenen Merkmale, die sich bei der Mehrzahl der Massen beobachten lassen, der Reihe nach vor. § 1 Impulsivität, Wandelbarkeit und Reizbarkeit der Massen Wie wir bei der Untersuchung ihrer fundamentalen Charakterzüge sagten, wird die Masse beinahe ausschließlich vom Unbewussten geleitet. Ihre Handlungen stehen viel öfter unter dem Einfluss des Rückenmarks als unter dem des Gehirns. Insofern nähert sie sich den ganz primitiven Wesen. Die vollzogenen Handlungen können ihrer Ausführung nach vollkommen sein, da sie aber nicht vom Gehirn ausgehen, so handelt das Individuum nach zufälligen Reizen. Eine Masse ist der Spielball aller äußeren Reize und reflektiert deren unaufhörlichen Wechsel. Sie ist daher eine Sklavin der empfangenen Impulse. Das isolierte Individuum kann ja denselben Reizen wie die Masse unterliegen, da ihm aber sein Gehirn die Unzuträglichkeiten eines Nachgebens zeigt, so gehorcht es ihnen nicht. Psychologisch lässt sich dies dahin ausdrücken, dass das isolierte Individuum die Fähigkeit zur Beherrschung seiner Reflexe besitzt, die Masse aber nicht. Diese mannigfachen Impulse, denen die Menschen gehorchen, können je nach den Reize edel oder grausam, heroischer oder feiger Art sein, aber stets werden sie so gebieterisch sein, dass nicht das Persönliche, ja nicht einmal das Interesse der Selbsterhaltung zur Geltung kommt. Da die für eine Masse wirksamen Reize sehr variieren und ihnen die Massen alle Zeit gehorchen, so sind die letzten natürlich äußerst wandelbar. Daher sehen wir sie auch im Augenblicke von der blutigsten Grausamkeit zum absolutesten Heldentum oder Edelmut übergehen. Die Masse wird sehr leicht zum Henker, ebenso leicht, aber auch zum Märtyrer. Aus ihrem Herzen flossen die Ströme Blutes, die der Sieg jeglichen Glaubens erforderte. Man braucht nicht zu den Heldenzeitaltern zurückzugehen, um zu sehen, wessen in dieser Hinsicht die Massen fähig sind. Sie schonen in einem Aufstande niemals ihr Leben und erst vor wenigen Jahren hätte ein plötzlich populär gewordener General, wenn er verlangt hätte, leicht hunderttausend Menschen gefunden, die bereit waren, sich für seine Sache töten zu lassen. Bei den Massen ist also nichts vorbedacht. Sie können nach und nach die ganze Skala der entgegengesetzten Gefühle durchlaufen, stets aber werden sie unter dem Einfluss der momentanen Reize stehen. Sie gleichen den Blättern, die der Sturm emporhebt, nach allen Richtungen verstreut und wieder fallen lässt. Beim Studium gewisser revolutionärer Massen werden wir für die Wandelbarkeit ihrer Gefühle einige Beispiele geben. Diese Wandelbarkeit der Massen macht, dass sie schwer zu regieren sind, insbesondere wenn ein Teil der öffentlichen Gewalt in ihre Hände gefallen ist. Würden die Erfordernisse des Alltagslebens nicht eine Art unsichtbarer Leitung der Dinge darstellen, dann könnten die Demokratien nicht bestehen. Wenn auch die Massen, die Dinge leidenschaftlich begehren, so wollen sie sie doch nicht für lange. Sie sind ebenso unfähig zu einem Dauerwillen wie zum Denken. Die Masse ist nicht bloß impulsiv und wandelbar. Gleich dem Wilden gestattet sie nicht, dass sich etwas zwischen ihrem Begehren und der Verwirklichung dieser Begehrde einschiebt. Das versteht sie umso weniger, als ihre Menge ihr das Gefühl unwiderstehlicher Macht gewährt. Für das Individuum in der Masse schwindet der Begriff des Unmöglichen. Das isolierte Individuum fühlt wohl, es könne nicht allein einen Palast einäschern, einen Laden plündern und es wird, wenn der Versuchung ausgesetzt, dieser leicht widerstehen. Als Massenmitglied aber hat das Massenbewusstsein der Anzahl und es genügt die Suggestion der Vorstellung von Mord und Plünderung, damit es der Versuchung unverzüglich nachgibt. Ein unerwartetes Hindernis wird in Raserei beseitigt. Erlaubte der menschliche Organismus die Ständigkeit der Wut, so könnte man die Wut als den normalen Zustand der gehemmten Masse bezeichnen. Die Reizbarkeit, Impulsivität und Wandelbarkeit der Massen sowie das gesamte Gefühlsleben der Völker, mit dem wir es zu tun haben werden, wird stets durch die fundamentalen Rasseneigenschaften modifiziert, welche den festen Boden bilden, auf dem alle unsere Gefühle keimen. Alle Massen sind stets reizbar und impulsiv, aber in den mannigfachsten Abstufungen. Der Unterschied zwischen einer lateinischen und einer angelsächsischen Masse zum Beispiel ist auffallend. Die jüngsten Ereignisse unserer Geschichte beleuchten dies lebhaft. Es hat im Jahre 1870 die Veröffentlichung eines einfachen Telegramms, mit dem Berichte über eine einem Botschafter angeblich zugefügte Beleidigung genügt, einen Wutausbruch zu entfachen, dem ein furchtbarer Krieg unmittelbar entsprungen ist. Einige Jahre später erzeugte die telegraphische Anzeige einer unbedeutenden Schlappe bei Langson einen neuen Ausbruch, der den sofortigen Sturz der Regierung herbeiführte. Zu gleicher Zeit erregte die viel schwerere Niederlage einer englischen Expedition bei Khartoum in England nur eine sehr schwache Bewegung und kein Ministerium viel. Überall sind die Massen weibisch, die weibischsten aber sind die lateinischen Massen. Wer sich auf sie stürzt, kann sehr hoch und sehr schnell steigen, aber entsteht der Nähe des tarpäischen Felsens und mit der Gewissheit eines Tages von diesem hinuntergestürzt zu werden. § 2 Suggestibilität und Leichtgläubigkeit der Massen Gelegentlich der Definition der Massen erwähnten wir als einen ihrer allgemeinen Charakterzüge eine übermäßige Suggestibilität und wir zeigten, wie ansteckend eine Suggestion in einer Menschenansammlung ist. Dadurch erklärt sich die blitzschnelle Ausstrahlung der Gefühle in einer bestimmten Richtung. So neutral man sich die Masse auch vorstellt, sie befindet sich doch meist in jenem die Suggestion erleichternden Zustande aufmerksamster Erwartung. Die erste zum Ausdruck kommende Suggestion teilt sich durch Ansteckung allen Gehirnen mit und also gleich stellt sich die Orientierung ein. Wie bei allen Suggestionierten Wesen hat die Vorstellung, welche das Gehirn eingenommen hat, die Tendenz in Handlung zu übergehen. Ob es sich um die Brandlegung in einem Palast oder um einen Akt der Hingebung handelt, die Masse ist mit gleicher Leichtigkeit dazu zu haben. Alles hängt von der Art des Anreizes ab, nicht mehr wie beim isolierten Individuum von den Beziehungen zwischen der suggerierten Handlung und der Summe von Vernunft, die deren Verwirklichung sich widersetzen kann. So kann denn die Masse, stets an den Grenzen des Unbewussten umherirrend, allen Suggestionen leicht nachkommend, im Besitze der Gefühlsheftigkeit, die allen den Einflüssen der Vernunft nicht zugänglichen Wesen eigen ist, alles kritischen Geistes bar, nur von einer extremen Leichtgläubigkeit sein. Für sie existiert das Unwahrscheinliche nicht. Dies muss man in Erinnerung behalten, um die Leichtigkeit zu begreifen, mit der die unwahrscheinlichsten Legenden und Berichte zustande kommen und sich verbreiten. Die Entstehung von Legenden, die mit solcher Leichtigkeit in den Massen zirkulieren, ist nicht bloß durch eine vollkommene Leichtgläubigkeit verursacht, sondern auch durch die gewaltigen Entstehungen, welche die Ereignisse in der Fantasie der Menschenansammlungen erfahren. Das einfachste Ereignis wird von der Masse erblickt, bald zu einem umgeformten Ereignis. Die Masse denkt in Bildern, die nach ihrer Entstehung von selbst eine Reihe anderer Bilder ohne logischen Zusammenhang mit den ersteren auslösen. Diesen Zustand verstehen wir leicht, wenn wir an die sonderbaren Vorstellungsfolgen denken, die in uns zuweilen ein Erlebnis hervorruft. Die Vernunft lehrt uns das Zusammenhängende dieser Bilder, aber die Masse bemerkt es nicht. Was ihre entstehende Fantasie dem wirklichen Ereignis hinzufügt, wird sie mit diesem vermengen. Die Masse scheidet nicht das Subjektive vom Objektiven. Sie betrachtet die in ihrem Bewusstsein auftauchenden Bilder, die sehr oft mit der beobachteten Tatsache nur eine entfernte Ähnlichkeit besitzen, als real. Die Einstellungen, welche eine Masse einem Ereignisse, dessen Zeuge sie ist, zuteil werden lässt, sollten wohl unzähliger und verschiedener Art sein, da die Individuen, welche die Masse zusammensetzen, von sehr verschiedenem naturell sind. So ist es aber nicht. Infolge der Ansteckung sind die Entstellungen bei allen Individuen von gleicher Art und Richtung. Die erste Entstellung, die ein Glied der Gesamtheit erfasst hat, ist der Kern der ansteckenden Suggestion. Bevor der heilige Georg auf den Mauern von Jerusalem allen Kreuzfahrern erschien, war er sicher erst nur von einem der Anwesenden bemerkt worden. Vermöge der Suggestion und der Ansteckung wurde das von einem einzigen gemeldete Wunder sofort von allen aufgenommen. Solcher Art ist stets der Mechanismus dieser in der Geschichte so häufigen Kollektiv Halluzinationen, die alle klassischen Merkmale der Echtzeit zu haben scheinen, dass sich hier um Erscheinungen handelt, welche von Tausenden von Personen konstatiert werden. Zur Bekämpfung des Vorgebrachten darf man nicht die geistigen Qualitäten der Individuen, aus denen die Masse besteht, ins Treffen führen. Denn diese Qualitäten sind bedeutungslos. In dem Moment, da sie zu einer Masse gehören, sind der Ungläubige und der Gelehrte zur Beobachtung gleichermaßen unfähig. Diese Behauptung kann paradox erscheinen. Zu ihrer gründlichen Darlegung gehörte die Vorführung einer großen Zahl historischer Tatsachen und es würden mehrere Bände dazu nicht genügen. Da ich aber doch den Leser nicht unter dem Eindrucke unbewiesene Behauptungen lassen möchte, so will ich ihm aus der Zahl möglicher Beispiele einige auf Gut Glück herausgegriffene vorführen. Folgender Fall gehört zu den typischsten, weil er zu den Kollektiv Assoziationen gehört, die unter einer aus den verschiedenartigsten, unwissendsten und gebildetsten Individuen bestehenden Masse hervorkamen. Es wird so nebenher von dem Schiffsleutnant Julian Felix in seinem Buche über die Meeresströmungen berichtet und ist auch in die Revue Scientifique aufgenommen worden. Die Fregatte La Belle Poule kreuzt zur See um die Korvette Le Berco, von der sie durch einen heftigen Orkan getrennt worden war, wiederzufinden. Es war am hellen, lichten Tage. Plötzlich signalisierte die Wache ein entmastetes Schiff. Die Mannschaft richtet ihre Blicke auf die signalisierte Stelle und alle, Offiziere wie Matrosen, bemerken deutlich ein mit Menschen beladenes Floß, welches von Booten, auf denen Notflaggen flatterten, buxiert wurde. Dies war aber nur eine Kollektiv-Halluzination. Admiral de Fossé ließ ein Boot bemannen, um den Schiff brüchigen Hilfe zu leisten. Bei der Annäherung sahen die im Boot befindlichen Matrosen und Offiziere Massen von Menschen sich hin und her bewegen, die Hände ausstrecken und vernahmen den dumpfen und verworrenen Lärm einer großen Anzahl von Stimmen. Als das Boot angekommen war, stand man vor nichts, als vor einigen mit Blättern bedeckten Baumästen, welche von der benachbarten Küste sich losgerissen hatten. Vor einer so begreifbaren Evidenz schwindet die Halluzination. An diesem Beispiel sieht man klar, wie der Mechanismus der Kollektiv- Halluzination sich in der von uns dargelegten Weise abspielt. Auf der einen Seite eine im Zustand erwartungsvoller Aufmerksamkeit befindliche Masse. Auf der anderen Seite eine von der Wache, welche ein entmastetes Fahrzeug auf dem Meere signalisiert, ausgehende Suggestion, die durch Ansteckung von allen Anwesenden Offizieren wie Matrosen aufgenommen wurde. Eine Masse braucht, damit die Fähigkeit des richtigen Sehens dessen, was sich vor ihr ereignet, aufgehoben und die wirklichen Tatsachen durch von ihnen abweichende Halluzinationen ersetzt werden, nicht zahlreich zu sein. Die Vereinigung beliebiger Individuen macht eine Masse aus. Mögen sie selbst hervorragende Gelehrte sein, so nehmen sie insgesamt in allem, was außerhalb ihres Faches ist, alle Massenmerkmale an. Das Beobachtungsvermögen und der kritische Geist eines jeden von ihnen schwindet sofort. Ein findiger Psychologe Davy liefert uns dafür ein recht interessantes Beispiel, welches vor kurzem in den Annonces des Sciences Psychiques mitgeteilt wurde und hier berichtet zu werden verdient. Davy berief eine Versammlung ausgezeichneter Beobachter ein, unter ihnen den hervorragenden englischen Forscher Wallace und führte ihnen, nachdem er sie die Gegenstände untersuchten und beliebig versiegeln hatte lassen, alle klassischen Phänomene des Spiritismus, Materialisation von Geistern, Schiefertafelschrift und so weiter vor. Nachdem er hierauf von diesen ausgezeichneten Beobachtern schriftliche Berichte erhalten hatte, in welchen erklärt wurde, die beobachteten Erscheinungen seien nur auf übernatürlichem Wege möglich gewesen, enthüllte er ihnen, dass dieselben das Produkt sehr einfacher Kniffe waren. Bei diesem Experimente Davies schrieb der Verfasser des Berichts, ist das Erstaunliche nicht die Bewunderung der Kunststücke als solcher, sondern die außerordentliche Schwäche der Berichte, welche die uneingeweihten Zeugen derselben darüber abgaben. Die Zeugen können zahlreiche und bestimmte dabei völlig irre Berichte liefern, deren Ergebnis aber ist, dass wenn man ihre Schilderungen als exakt ansieht, die geschilderten Erscheinungen durch Betrug nicht zu erklären sind. Die von Davy ersonnenen Methoden waren so einfach, dass man sich über die Kühnheit, mit der sie anwandte, wundert. Er besaß aber eine solche Macht über den Massengeist, dass er diesem das, was er nicht sah, als gesehen aufzudringen vermochte. Es ist dies die Macht des Hypnotisators über den Hypnotisierten. Sieht man aber, wie diese Macht gegenüber ausgewählten Geistern, die vorher zur Vorsicht verhalten waren, zur Geltung kommt, dann begreift man, in welchem Maße die gewöhnlichen Massen sich leicht täuschen lassen. Analoge Beispiele gibt es Legionen. Zur Zeit, da ich diese Zeilen niederschreibe, sind die Zeitungen voll von der Geschichte von zwei kleinen ertrunkenen Mädchen, die aus Dessant gezogen wurden. Diese Kinder wurden zuerst in bestimmtester Weise von einem Dutzend Zeugen agnostiziert. Die Angaben waren alle so übereinstimmend, dass dem Untersuchungsrichter nicht der leiseste Zweifel blieb. Er ließ den In dem Augenblicke aber, wo man zur Beerdigung sich anschickte, entdeckte man durch Zufall, dass die vermeintlichen Opfer noch völlig am Leben waren und kaum eine entfernte Ähnlichkeit mit den ertrunkenen Kleinen besaßen. Wie in mehreren von den früher angeführten Beispielen hatte die Behauptung des ersten Zeugen, der das Opfer einer Illusion war, zur Suggestionierung der anderen genügt. In solchen Fällen ist der Ausgangspunkt der Suggestion stets die bei einem Individuum durch mehr oder weniger regere Miniszenzen erzeugte Illusion, so dann die Ansteckung durch Mitteilung dieser primären Illusion. Ist der erste Beobachter sehr erregbar, so genügt es oft, dass der Leichnam, den er zu erkennen glaubt, abgesehen von aller wirklichen Ähnlichkeit, irgendwelche Besonderheit, etwa eine Narbe oder ein Bekleidungsmerkmal darbietet, wodurch die Vorstellung einer anderen Person ausgelöst werden kann. Diese Vorstellung kann dann zum Kern einer Art Kristallisation werden, welche die Sphäre des Intellekts ergreift und allen kritischen Geist lähmt. Der Beobachter sieht dann nicht mehr die Sache selbst, sondern das in seiner Seele aufgetauchte Bild. Auf diese Weise erklären sich die irrtümlichen Agnostierungen von Kinderleichnamen durch deren eigene Mütter, wie in dem folgenden schon alten, aber neulich von den Zeitungen aufgefrischten Fall, bei dem man genau die beiden Arten der Suggestion sich abspielen sieht, deren Mechanismus ich soeben aufgezeigt habe. Das Kind ward von einem anderen Kinde erkannt, das sich irrte. Die Reihe der unrichtigen Agnostierungen lief nun ab, und man sah da etwas sehr Merkwürdiges. Und Tage nach der Agnostierung der Leiche durch einen Schüler schrie eine Frau auf, ach, es ist mein Kind. Man führt sie zur Leiche, sie nimmt deren Kleider in Augenschein und konstatiert eine Narbe an der Stirne. Gewiss, sagt sie, es ist mein armer Sohn, der seit dem letzten Tage des Juli abgängig gewesen, man wird ihn mir entführt und getötet haben. Die Frau war Hausbesorgerin in der Rude Fuhr und hieß Chavant Drey. Man ließ ihren Schwager kommen und dieser sagte Mehrere Bewohner der Straße erkannten in dem Kinde von La Villette Philibert Chavondré ganz abgesehen von dessen Schullehrer, für den die Schulmedaille bestimmend war. Nun, Nachbarn, Schwager, Lehrer und Mutter hatten sich geirrt. Sechs Wochen später war die Identität des Kindes festgestellt. Es war ein Knabe aus Bordeaux, der dort getötet und nach Paris gebracht worden war. Wie man sieht, finden diese Erkennungen meist bei Frauen und Kindern, also bei den am meisten erregbaren Wesen statt. Sie zeigen zugleich, welchen geringen Wert solche Zeugnisse bei Gericht haben können. Besonders Kinderaussagen sollten niemals in Anspruch genommen werden. Die Richter wiederholen als einen Gemeinplatz die Behauptung dieses Alter Lüge nicht. Besäßen sie eine etwas tiefere psychologische Bildung, so wüssten sie, dass ganz im Gegenteil in diesem Alter stets gelogen wird. Gewiss ist hier die Lüge harmlos, sie bleibt aber nichts desto weniger eine Lüge. Besser würde die Verurteilung eines Angeklagten, wie so oft geschehen, nach dem Spielekopf oder Schrift, als nach dem Zeugnis eines Kindes erfolgen. Um aber zu den von den Massen gemachten Beobachtungen zurückzukehren, so kommen wir zu dem Schlusse, dass die Kollektivbeobachtungen die verfehltesten sind, die es gibt, und dass sie meist nur die Illusion eines Individuums, die durch Ansteckung die anderen suggestioniert hat, darstellen. Die Tatsachen, welche dartun, dass man gegenüber der Zeugenschaft der Masse das größere Misstrauen hegen muss, lassen sich ins Unendliche vervielfachen. Tausende von Menschen wohnten der berühmten Kavalerie Attacke bei Sedan bei, und doch weiß man angesichts der widersprechendsten Aussagen nicht, von wem sie kommandiert wurde. Der englische General Walsley hat in seinem neuen Buche den Beweis erbracht, dass man bis jetzt betreffs der wichtigsten Ereignisse der Schlacht bei Waterloo, die doch geglaubigt hatten, die größten Irrtümer begangen hat. Tatsachen solcher Art zeigen uns, welchen Wert die Zeugenschaft der Massen hat. Die Lehrbücher der Logik zählen die Übereinstimmung zahlreicher Zeugen zur Kategorie der sichersten Beweise, die man zur Erhärtung einer Tatsache erbringen kann. Aber die Psychologie der Massen lehrt die Verbesserungsbedürftigkeit der logischen Lehrbücher bezüglich dieses Punktes. Die zweifelhaftesten Ereignisse sind sicherlich diejenigen, welche von der größten Anzahl von Personen beobachtet wurden. Erklären, ein Gegenstand sei von Tausenden von Zeugen zugleich konstatiert worden, heißt zumeist erklären, dass das wirkliche Ereignis von dem empfangenen Berichter erheblich abweicht. Es folgt aus dem vorherstehenden klipp und klar, dass die Geschichtswerke als reine Fantasiegebilde zu betrachten sind. Es stehen darin fantastische Berichte schlecht beobachtete Ereignisse, nebst auf gut Glück vorgebrachten Erklärungen. Gips verschmieren ist nützlicher als die Zeit mit der Abfassung solcher Bücher zu vergeuden. Hätte uns die Vergangenheit nicht ihre Literaturdenkmäler, ihre Kunst und Bauwerke hinterlassen, wir wüssten nicht das geringste Wahre von ihr. Kennen wir nur ein einziges wahres Wort betreffs des Lebens der großen Männer, die in der Menschheit eine hervorragende Rolle gespielt haben, wie Herkules, Buddha, Jesus oder Mohammed? Höchstwahrscheinlich nicht. Im Grunde hat übrigens ihr Leben recht wenig Interesse für uns. Was wir kennenlernen wollen, das sind die großen Männer, wie die Volkslegende sie gestaltet hat. Es sind die sagenhaften Heronen, nicht die wirklichen Helden, die auf die Massenseele Eindruck gemacht haben. Leider sind die Legenden, auch wenn sie in Büchern fixiert sind, nicht von Dauer. Die Fantasie der Massen formt sie je nach den Zeiten und den Rassen um. Vom grausamen Jehova der Bibel bis zum Gott der Liebe der heiligen Therese ist ein großer Schritt und der in China verehrte Buddha hat mit dem in Indien Angebeteten keinerlei Züge mehr gemein. Es bedarf nichts des Verfließens von Jahrhunderten, damit die Heroenlegende in der Fantasie der Massen sich umbildet. Diese Umbildung erfolgt oft innerhalb weniger Jahre. Wir haben in unseren Tagen gesehen, wie die Legende eines der größten Helden der Geschichte sich in weniger als 50 Jahren wiederholt umgeändert hat. Unter den Bourbonen wurde Napoleon zu einer Art menschenfreundlicher und liberaler idyllischer Persönlichkeit, zu einem Freunde der Niedrigen, die, um mit den Dichtern zu sprechen, sein Andenken in ihrer Hüfte für lange Zeit bewahren mussten. 30 Jahre später war der gutmütige Held zu einem grausamen Despoten geworden, der, nachdem er Macht und Freiheit usurpiert, drei Millionen Menschen bloß zur Befreiung seines Ehrgeizes umkommen ließ. Gegenwärtig wohnen wir einer neuen Umformung der Legende bei. Nach einigen Dutzend Jahrhunderten werden angesichts dieser sich widersprechenden Berichte die künftigen Forscher vielleicht an der Existenz des Helden zweifeln, wie sie vielfach die Existenz Buddhas bezweifeln und werden dann in ihm nur einen Sonnenmythos oder eine Entwicklung der Herkules-Sage erblicken. Zweifellos werden sie sich ob dieser Ungewissheit leicht trösten, denn da sie eine bessere psychologische Erkenntnis der Massen als heutzutage haben werden, so werden sie wissen, dass die Geschichte nur Mythen zu verewigen vermag. § 3 Überschwänglichkeit und Einseitigkeit der Massengefühle Alle von der Masse geäußerten Gefühle, Gute und Schlechte, haben zwei Eigenschaften. Sie sind sehr einfach und sehr überschwänglich. In dieser wie in so vielen anderen Beziehungen nähert sich das der Masse angehörende Individuum den primitiven Wesen. Der Gefühlsnuancen nicht fähig sieht es die Dinge nur im Groben und kennt nicht die Übergänge. In der Masse wird der Überschwang der Gefühle noch dadurch verstärkt, dass, da ein zur Äußerung gelangtes Gefühl sich durch Suggestion und Ansteckung sehr rasch ausbreitet, die schlichte Anerkennung, die es erfährt, seine Intensität erheblich steigert. Die Einfachheit und Überschwänglichkeit der Gefühle der Massen sind der Grund dafür, dass diese weder Zweifel noch Ungewissheit kennen. Sie gehen gleich den Frommen sofort bis zum Äußersten. Der ausgesprochene Verdacht wendet sich sogleich in unumstößliche Gewissheit. Ein Keim von Apathie oder Missbilligung, der bei dem isolierten Individuum nicht zur Reife käme, wird beim Massenglied sofort zu wildem Hasse. Die Heftigkeit der Massengefühle wird, besonders bei den heterogenen Massen, auch durch das Fehlen jeder Verantwortlichkeit gesteigert. Die Sicherheit der Straflosigkeit, die mit der Größe der Masse zunimmt, sowie das Bewusstsein einer durch die Menge bedingten beträchtlichen Momentangewalt ermöglichen der Gesamtheit Gefühle und Handlungen, die für das isolierte Individuum unmöglich sind. In der Masse fehlt den dummen, ungebildeten und neidischen das Gefühl ihrer Nichtigkeit und Ohnmacht. An dessen Stelle tritt das Bewusstsein einer brutalen, zwar vorübergehenden, aber ungeheuren Kraft. Unglücklicherweise bezieht sich bei den Massen die Übertreibung oft auf schlechte Gefühle, atavistische Rückstände der Instinkte des Urmenschen, die durch die Furcht vor Strafe beim isolierten und verantwortlichen Individuum gezügelt werden. Daher sind die Massen so leicht zu den argen Ausschreitungen zu verleiten. Nicht, als ob die Massen, wenn sie geschickt suggestioniert würden, des Hedonismus, der Ergebenheit und sehr hohe Tugenden unfähig wären. Sie sind es sogar in höherem Maße als das isolierte Individuum. Wir werden bald Gelegenheit haben, beim Studium der Massenmoral auf diesen Punkt zurückzukommen. In ihrem Fühlen überschwänglich wird die Masse nur durch übermäßige Empfindung erregt. Der Redner, der sie hinreißen will, darf mit starken Ausdrücken Missbrauch treiben. Übertreiben, bekräftigen, wiederholen und niemals einen logischen Beweis versuchen, sind die den Rednern in Volksversammlungen wohlbekannten Argumentationsweisen. Die gleiche Übertreibung verlangt die Masse von ihrem Helden. Die Eigenschaften und Tugenden dieser müssen stets vergrößert werden. Es ist treffend bemerkt worden, dass die Masse im Theater von dem Helden des Dramas einen Mut, eine Sittlichkeit und eine Tugend verlangt, wie sie im Leben niemals vorkommen. Treffend hat man von der besonderen Optik des Theaters gesprochen. Sie existiert zweifellos, aber ihre Gesetze haben nichts mit dem richtigen Urteil und der Logik zu tun. Die Kunst, zur Masse zu sprechen, ist gewiss untergeordneter Art, erfordert jedoch ganz besondere Fähigkeiten. Bei der Lektüre gewisser Stücke kann man sich oft den Erfolg derselben nicht erklären. Sehr oft sind die Theaterdirektoren, die diese Stücke erhalten, selbst über den Erfolg sehr im Ungewissen, denn um bestimmt urteilen zu können, müssten sie sich in eine Masse verwandeln können. Hier müssten wir auch, wenn wir uns in die Sache vertiefen dürften, den Einfluss der Rasse darstun. Das Drama, das in dem einen Lande die Masse begeistert, hat oft in einem anderen keinen oder nur einen achtungs- und konventionellen Erfolg, weil es die Hebel nicht spielen lässt, die das neue Publikum zu bewegen vermöchten. Ich brauche nicht besonders zu betonen, dass die Steigerung bei den Massen nur auf die Gefühle, in keiner Weise aber auf den Intellekt sich erstreckt. Ich zeigte bereits, dass durch die bloße Zugehörigkeit des Individuums zur Masse das intellektuelle Niveau desselben sich sofort beträchtlich senkt. Dies hat Tarde in seinen Untersuchungen über die Verbrechen der Massen festgestellt. Nur auf dem Gebiete des Gefühlslebens also können die Massen sehr hoch steigen oder im Gegenteil sehr heruntersinken. § 4 Unduldsamkeit, Autoritätsglauben, Konservatismus der Massen Die Massen kennen nur einfache und extreme Gefühle. Die ihnen suggerierten Meinungen, Ideen und Glaubenssätze werden daher von ihnen nur en bloc aufgenommen oder verworfen und als absolute Wahrheiten oder ebenso absolute Irrtümer betrachtet. So verhält es sich stets mit den auf dem Wege der Suggestion nicht durch Nachdenken erworbenen Überzeugungen. Man weiß, wie intolerant die religiösen Dogmen sind und welche despotische Herrschaft sie über die Geister ausüben. Da die Masse betreffs des Wahren oder Falschen nicht im Zweifel ist und zugleich das klare Bewusstsein ihrer Kraft besitzt, so ist sie ebenso intolerant wie Autoritäts gläubig. Das Individuum vermag Widerspruch und Diskussion zu vertragen, niemals aber die Masse. In den öffentlichen Versammlungen wird der leiseste Widerspruch seitens eines Redners sofort mit Wutgebrüll und groben Schmähungen beantwortet, an die sich, wenn der Redner fortfährt, leicht Tätlichkeiten und die Vertreibung des Redners schließen. Ohne die einschüchternde Gegenwart der Sicherheitsbehörde würde man den Opponenten häufig niedermachen. Autoritätsglauben und Intoleranz sind allen Arten der Masse gemein, weisen aber verschiedene Grade auf. Und hier kommt wieder der Grundbegriff der Rasse, die alles Fühlen und Denken der Menschen beherrscht, zur Geltung. Die Autoritätssucht und die Intoleranz sind in besonders hohem Maße bei den lateinischen Massen ausgebildet, so sehr, dass sie jenes bei den Angelsachsen so mächtige Gefühl der individuellen Unabhängigkeit völlig vernichtet haben. Die lateinischen Massen haben nur Empfindung für die kollektive Unabhängigkeit der Sekte, der sie angehören, und es ist für diese Unabhängigkeit das Bedürfnis charakteristisch, sofort und gewaltsam alle Andersgläubigen ihrem eigenen Glauben zu gewinnen. Bei den lateinischen Völkern konnten sich von der Inquisition angefangen, die Jakobiner aller Zeiten niemals zu einem anderen Freiheitsbegriff aufschwingen. Autoritätsglauben und Intoleranz sind für die Massen äußerst klare Empfindungen, die sie leicht erfassen und ebenso leicht annehmen als bestätigen, sobald man sie ihnen einflößt. Die Massen respektieren willig die Kraft und werden durch Güte, die für sie nur eine Art von Schwäche bedeutet, nur mäßig beeinflusst. Niemals galten ihre Sympathien den gütigen Herrn, sondern den Tyrannen, von denen sie kraftvoll zertreten wurden. Ihnen haben sie alle Zeit die größten Statuen errichtet. Wenn sie den gestürzten Despoten gern mit Füßen treten, so geschieht das deshalb, weil dieser nach Einbüßung seiner Macht in die Kategorie der Schwachen eintritt, die man verachtet, weil man sie nicht fürchtet. Der Typus des von den Massen verehrten Helden wird stets den Cäsaren Charakter aufweisen. Sein Helmbusch verführt sie, seine Autorität imponiert ihnen und sein Schwert schüchtert sie ein. Stets zur Auflehnung gegen eine schwache Autorität bereit, beugt sich die Masse knechtisch vor einer starken Autorität. Hat die Kraft der Autorität etwas Schwankendes, so geht die stets ihren extremen Gefühlen folgende Masse abwechselnd von der Anarchie zur Sklaverei über. Übrigens hieße es, die Psychologie der Massen recht missverstehen, wollte man an die Vorherrschaft ihrer revolutionären Triebe glauben. Nur ihre Gewalttaten sind es, die uns darüber täuschen. Ihr Drang zu Revolten und Zerstörungstaten hält niemals lange an. Die Massen werden zu sehr vom Unbewussten geleitet und sind demnach dem Einfluss uralter Vererbung zu sehr ausgesetzt, als dass sie nicht äußerst konservativ sein müssten. Sich selbst überlassen werden sie ihrer Zügellosigkeit bald müde und steuern instinktiv der Knechtschaft zu. Die Stolzesten und Schroffsten unter den Jakobinern waren es, wie Bonaparte, als er die Freiheiten unterdrückte und seine eiserne Hand schwer fühlen ließ, auf das Entschiedenste zustimmten. Die Geschichte, insbesondere die der Revolution, ist schwer zu verstehen, wenn man sich über die im Grunde konservativen Instinkte der Massen nicht im Klaren ist. Sie wollen zwar die Namen ihrer Institutionen gern ändern und zu diesem Zwecke führen sie zuweilen gewaltige Revolutionen durch, aber der Kern dieser Institutionen ist zu sehr der Ausdruck der erblichen Bedürfnisse der Rasse, als dass sie nicht immer wiederkehren müssten. Die unaufhörliche Wandelbarkeit der Massen erstreckt sich nur auf ganz äußerliche Dinge. In Wahrheit besitzen sie ebenso ursprüngliche Instinkte konservativer Art wie alle primitiven Wesen. Ihre fetischistische Ehrfurcht vor der Tradition ist absolut. Ihr unbewusster Abscheu vor allen Neuerungen, die ihre realen Lebensbedingungen zu ändern vermöchten, wurzelt sehr tief. Hätten die Demokratien die Macht, über die sie heute verfügen, in der Epoche der Erfindung der mechanischen Webstühle, der Dampfmaschine, der Eisenbahnen besessen, so wäre die Realisation dieser Erfindungen unmöglich oder nur auf Kosten zahlreicher Revolutionen und Metzlereien möglich gewesen. Es trifft sich glücklich für den Kulturfortschritt, dass die Macht der Massen erst dann zu blühen begann, als die großen Entdeckungen der Wissenschaft und der Industrie bereits da waren. Paragraf 5 Sittlichkeit der Massen Verstehen wir unter Sittlichkeit die Beachtung gewisser sozialer Konventionen und die beständige Unterdrückung der egoistischen Impulse dann liegt es auf der Hand dass die Massen zu impulsiv und wandelbar sind um der Sittlichkeit fähig zu sein. Befassen wir aber unter dem Begriff der Sittlichkeit das momentane Auftreten gewisser Eigenschaften wie Entsagung Ergebenheit Uninteressiertheit Selbstaufopferung Rechtsgefühl dann können wir im Gegenteil sagen die Massen sind oft ein sehr hohes Maß von Sittlichkeit fähig. Die wenigen Psychologen die sich mit dem Studium der Massen abgegeben haben betrachten sie nur im Hinblick auf ihre verbrecherischen Handlungen und da sie die Häufigkeit dieser Handlungen gewahrten so betrachten sie die Massen als auf einem sehr niedrigen Sittlichkeitsniveau stehend. Gewiss ist es oft so warum aber? Nur deshalb weil die Instinkte zerstörerischer Wildheit Überbleibsel der Urzeit sind die im Inneren eines jeden von uns schlummern Das isolierte Individuum könnte in seinem Leben diese Triebe nur mit Gefahr befriedigen wenn seine Absorption durch eine unverantwortliche Masse die ihm Straflosigkeit sichert die völlige Freiheit der Triebbefriedigung gewährt. Da wir diese Zerstörungstriebe gewöhnlich nicht gegenüber unseren Mitmenschen betätigen können so beschränken wir uns auf ihre Betätigung den Tieren gegenüber Aus derselben Quelle entspringen diese verbreitete Jagdleidenschaft und die Grausamkeitsakte der Massen Die Masse welche ein wehrloses Opfer langsam zu Tode quält bekundet eine sehr feige Grausamkeit Für den Philosophen aber ist diese Grausamkeit in hohem Maße der der Jäger Verwandt die dutzendweise zusammenkommen um das Vergnügen des Anblicks zu genießen wie ihre Hunde einen unglücklichen Hirsch verfolgen und zerreißen Wohl ist die Masse zu Mordtaten Brandstiftung und Verbrechen aller Art fähig aber ebenso auch zu Akten hoher Hingebung Aufopferung und Uneigennützigkeit vielleicht mehr sogar als das isolierte Individuum Wenn man das Ruhm und Ehrgefühl das religiöse und patriotische Gefühl anruft so wirkt man besonders auf das Individuum als Massenglied Die Geschichte bietet Beispiele welche dem der Kreuzzüge und dem der Freiwilligen von 93 analog sind Nur die Gesamtheiten sind hoher Uneigennützigkeit und Hingebung fähig Wie viele Menschen haben sich für Überzeugungen Ideen und Worte die sie kaum verstanden heroisch hinschlachten lassen Die Massen streiken oft mehr um einer Parole zu gehorchen als zur Erlangung einer Erhöhung des spärlichen Lohnes mit dem sie sich begnügen Während der persönliche Vorteil beim isolierten Individuum so ziemlich die einzige Triebfeder ist ist er bei den Massen sehr selten vorherrschend Es ist wahrlich nicht der Eigennutz was die Massen in so vielen für ihren Verstand oft zu unbegreiflichen Kriegen leitete in denen sie sich ebenso leicht niedermetzeln ließen als die durch den vom Jäger gehandhabten Spiegel hypnotisierten Lärchen Selbst ausgemachten Schuften verleiht oft das Zusammensein in der Masse für den Augenblick sehr sittliche Grundsätze Tain zeigt dass die Menschenschlachter der Septembertage die Brieftaschen und Schmuckstücke die sie bei ihren Opfern vorfanden und die sie leicht hätten an sich nehmen können bei den Ausschüssen niederlegten Die heulende elende Volksmasse die in der Revolution im Jahre 1848 die Toilerin besetzte nahm nichts von den Gegenständen die sie blendeten und von denen ein jeder das Brot für viele Tage bedeutet hätte Diese Versittlichung des Einzelnen durch die Masse ist gewiss keine stete aber doch eine häufig stattfindende Regel Selbst in Verhältnissen die viel weniger ernst als die von mir angeführten sind ist sie zu konstatieren wie ich wie ich bereits sagte verlangt im Theater die Masse vom Helden des Dramas übertrieben hohe Tugenden und die alltägliche Beobachtung zeigt dass selbst eine aus niederen Elementen bestehende Zuhörerschaft sich allgemein als sehr prüde erweist der Lebemann von Beruf der Zuhälter der spottsüchtige Gassenjunge murren oft bei einer etwas gewagten Szene oder einer schlüpfrigen Rede die doch im Vergleiche mit ihren üblichen Unterhaltungen recht harmlos ist frönen also die Massen oft niedrigen Instinkten so bieten sie oft wieder ein Beispiel hochsittlichen Handelns sind Uneigennützigkeit Entsagung absolute Hingebung ein utopisches oder lebensvolles Ideal sittliche Tugenden dann kann man sagen die Massen besitzen diese Tugenden oft in so hohem Maße wie es bei den weisesten Philosophen selten erreicht worden ist gewiss üben sie diese Tugenden unbewusst aus aber das tut nicht beklagen wir nicht zu sehr dass die Massen wesentlich durch das Unbewusste sich leiten lassen und resonieren wir nicht darüber hätten sie zuweilen nachgedacht und ihre augenblicklichen Interessen zu Rate gezogen dann hätte sich vielleicht keine Zivilisation auf der Oberfläche unseres Planeten entfaltet und die Menschheit wäre ohne Geschichte geblieben drittes Kapitel Ideen Urteil und Einbildungskraft der Massen Paragraf 1 Die Ideen der Massen Bei meiner früheren Arbeit wo ich die Bedeutung der Ideen für die Entwicklung der Völker untersuchte habe ich gezeigt dass jede Zivilisation sich aus einer geringen Anzahl selten erneuter Grundideen herleitet Ich habe dort dargetan wie diese Ideen sich in der Massenseele ausbreiten mit welcher Schwierigkeit sie in sie eindringen und welche Macht sie dann gewinnen Wir sahen schließlich wie die großen historischen Erschütterungen meistens aus der Veränderung dieser Grundideen entspringen Da ich diesen Gegenstand hinlänglich behandelt habe so werde ich hier nicht auf ihn zurückkommen und ich will mich darauf beschränken einiges betreffs der massenzugänglichen Ideen und der Formen in welchen sie dieselben erfassen zu sagen Man kann sie in zwei Klassen einteilen zu der einen zählen wir die unter dem Einfluss des Augenblicks entstandenen zufälligen und flüchtigen Ideen zum Beispiel die Vorliebe für eine Person oder eine Lehre zu anderen die Grundideen denen das Milieu die Vererbung der Glaube eine sehr große Stabilität verleihen wie zum Beispiel die religiösen Glaubenssätze von ehemals die demokratischen und sozialen Ideen von heute Man kann sich die Grundideen als die Wassermasse eines langsam dahinströmenden Flusses die flüchtigen Ideen als die kleinen immer wechselnden Wellen vorstellen welche seine Oberfläche erregen und welche wie wohl ohne wirkliche Bedeutung sichtbarer sind als der Flusslauf selbst In der Gegenwart geraten die Grundanschauungen von denen unsere Väter lebten immer mehr ins Wanken Sie haben alle Festigkeit eingebüßt und zugleich zeigen sich die auf ihnen beruhenden Institutionen völlig erschüttert Täglich bilden sich viele jener kleinen Ideen von denen ich eben sprach nur wenige von ihnen aber scheinen zu wachsen und einen überwiegenden Einfluss gewinnen zu wollen Welcher Art auch die den Massen suggerierten Ideen sein mögen sie können nur zur Herrschaft gelangen wenn sie eine ganz bestimmte und einfache Gestalt annehmen sie stellen sich dann als Bilder dar und sind den Massen nur in dieser Form zugänglich diese Vorstellungsbilder sind miteinander durch kein logisches Band der Analogie oder Sukzession verbunden sie können einander vertreten wie die Gläser einer Laterna Magica die der Experimentator der Schachtel in der sie übereinander geschichtet waren entnimmt Aus diesem Grunde kann man bei den Massen die entgegengesetzten Ideen nebeneinander sich erhalten sehen Wie es der Augenblick mit sich bringt ist die Masse einer der verschiedenen in ihrem Intellekt aufgespeicherten Ideen ausgesetzt und kann demzufolge die verschiedenartigsten Handlungen begehen Ihr völliger Mangel an kritischem Geist lässt sie die Widersprüche nicht gewahren Das ist aber kein den Massen ausschließlich eigenes Phänomen Es findet sich auch bei vielen isolierten Individuen nicht bloß beim primitiven Menschen sondern auch bei allen die durch eine Seite ihres Geistes wie etwa die Anhänger eines starken religiösen Glaubens den Primitiven sich nähern Ich habe es in erstaunlichem Grade bei gelehrten Hindus die an europäischen Universitäten studierten und promovierten konstatiert Auf der festen Grundlage ihrer ererbten religiösen oder sozialen Ideen hatte sich ohne dieselben zu stören ein Grundstock abendländischer Anschauungen ohne Verwandtschaft mit jenen aufgeschichtet Je nach den Zufälligkeiten des Augenblicks kamen bald die anderen samt ihrem besonderen Gefolge von Handlungen oder Reden zum Vorschein und dasselbe Individuum bot so die offenbarsten Widersprüche dar Widersprüche mehr scheinbarer als wirkliche Art freilich denn bloß die ererbten Vorstellungen sind mächtig genug um beim isolierten Individuum Motive des Verhaltens zu werden Nur dann wenn der Mensch infolge von Kreuzungen sich unter den Einflüssen verschiedener Erbschaften befindet können seine Handlungen wirklich von einem Augenblick zum anderen sich völlig widersprechen Es hat keinen Zweck hier bei diesen Erscheinungen zu verweilen so groß auch ihre psychologische Bedeutung ist Es ist meiner Meinung nach zu ihrem Verständnis wenigstens zehnjähriges Reisen und Beobachten nötig Da die Ideen der Massen nur in sehr einfacher Gestalt zugänglich sind so müssen sie um populär zu werden oft völlig sich umformen Besonders bei etwas höheren philosophischen oder wissenschaftlichen Ideen lässt sich dieses Maß von Modifikation ersehen deren sie bedürfen um von Schichte zu Schichte bis zum Niveau der Massen hinunter zu steigen Diese Modifikationen sind abhängig von der Art der Masse oder von der Rasse der diese angehört aber stets bestehen sie in Verringerungen und Vereinfachungen Daher gibt es für den sozialen Gesichtspunkt in Wahrheit keine Hierarchie der Ideen das heisst mehr oder weniger hohe Anschauungen Schon dadurch dass eine Idee zu den Massen gelangt und hier zu wirken vermag ist sie mag sie ursprünglich noch so groß und wahr gewesen sein beinahe alles dessen beraubt was ihre Größe und Erhabenheit ausmacht Übrigens ist vom sozialen Gesichtspunkt betrachtet der hierarchische Wert einer Idee bedeutungslos Was zu beachten ist sind die von ihr erzeugten Wirkungen Die christlichen Ideen des Mittelalters die demokratischen Ideen des 18. Jahrhunderts die sozialen Ideen der Gegenwart stehen wohl nicht besonders hoch Man kann sie in philosophischer Beziehung nur als ziemlich armselige Irrtümer betrachten und doch hatten sie eine ungeheure Bedeutung und noch lange werden sie zu den wesentlichsten Faktoren des Verhaltens der Staaten zählen Auch nach ihren Umformungen durch die sie den Massen zugänglich wird wirkt diese Idee erst wenn sie auf einem noch zu untersuchenden Wege in das Unbewusste gedrungen und zu einem Gefühl geworden ist was stets lange Zeit braucht Man darf in der Tat nicht glauben eine Idee könne bloß durch den Beweis ihrer Richtigkeit selbst auch nur bei den Gebildeten ihre Wirkung erzielen Wir überzeugen uns davon sobald wir sehen wie wenig Einfluss eine noch so klare Beweisführung auf die Mehrzahl der Menschen hat Ein unterrichter der Zuhörer wird die Evidenz des Beweises wenn sie am Tage liegt anerkennen aber das Unbewusste in ihm wird ihn bald zu seinen ursprünglichen Anschauungen zurückbringen Nach Verlauf einiger Tage wird er uns seine alten Argumente mit genau denselben Worten vorbringen er befindet sich tatsächlich unter dem Einfluss älterer Ideen die gefühlsmäßig geworden sind sie sind es die auf die tiefliegenden Motive unseres Handelns und Sprechens einwirken bei den Massen kann es sich nicht anders verhalten ist aber eine Idee auf diesem oder jenem Wege endlich in die Massenseele eingedrungen dann besitzt sie eine unwiderstehliche Macht und entfaltet eine ganze Reihe von Wirkungen die man über sich ergehen lassen muss die philosophischen Ideen welche zur französischen Revolution geführt haben brauchten fast ein Jahrhundert um in der Massenseele Wurzel zu fassen ihre unwiderstehliche Gewalt die sie dann erlangten ist bekannt der Ansturm eines ganzen Volkes zur Eroberung der sozialen Gleichheit zur Verwirklichung abstrakter Rechte und idealer Freiheiten erschütterte alle Throne und erregte in der abendländischen Welt einen völligen Umsturz 20 Jahre lang fielen die Völker übereinander her und Europa erlebte Hekatomben die Genghis Khan und Tamalan erschreckt hätten nie sah die Welt in solchem Maß was die Entfesselung einer Idee zu leisten vermag die Ideen brauchen eine lange Zeit um in der Massenseele Fuß zu fassen aber ebenso lang währt es bis sie aus dieser schwinden Die Massen sind daher hinsichtlich der Ideen stets mehrere Generationen hinter der Wissenschaft und Philosophie zurück Alle Staatsmänner wissen heute wohl wie viel Irrtum in den von mir angeführten Ideen steckt Da aber deren Einfluss noch sehr groß ist so sind sie genötigt nach Grundsätzen zu regieren an deren Wahrheit sie nicht mehr die Schlüsse der Massen Dass die Massen Folgerungen nicht zugänglich seien kann man eigentlich nicht sagen Aber die von ihnen verwendeten Argumente und jene die auf sie zu wirken vermögen sind in logischer Beziehung so untergeordneter Art dass man sie nur per Analogie als Schlüsse qualifizieren darf Wie die höheren so beruhen auch die niederen Schlussfolgerungen der Massen auf Assoziationen aber die von den Massen assoziierten Gedanken lassen kein anderes Band als das der Analogie oder der Sukzession erkennen Sie verketten sich wie jene des Eskimo der aus Erfahrung weiß dass das Eis ein durchsichtiger Körper im Munde schmilzt und daraus schließt das Glas ebenfalls ein durchsichtiger Gegenstand müsse auch im Munde schmilzen Oder wie jene des Wilden der sich ein bildet wenn er das Herz eines tapferen Feindes verzehrte erwerbe er dessen Tapferkeit oder oder auch jene des Arbeiters der von seinem Chef ausgebeutet wurde und nun ohne weiteres schließt alle Unternehmer seien Ausbeuter Assoziationen zwischen ganz ähnlichen Dingen mit nur oberflächlichen Beziehungen und eilfertige Verallgemeinerung von Einzelfällen das sind die Merkmale des Massendenkens Schlussfolgerungen solcher Art sind es was ihnen durch jene dargeboten wird die sie zu behandeln wissen es sind auch die einzigen die auf sie Einfluss haben können eine logische Schlusskette ist den Massen gänzlich unbegreiflich und deshalb darf man behaupten dass sie nicht oder falsch schließen und durch Logik nicht zu beeinflussen sind oft staunen wir bei der Lektüre über die Schwäche gewisser Reden die gleichwohl auf die Massen vor denen sie gehalten wurden einen ungeheuren Eindruck gemacht haben aber man vergisst dass sie dazu bestimmt waren Mengen hinzureißen nicht aber von Philosophen gelesen zu werden der Redner der mit der Masse in innigem Kontakte steht weiß die Bilder hervorzurufen durch die sie verführt werden gelingt ihm dies nicht so ist sein Ziel erreicht und zwanzig Bänder reden wegen die wenigen Phrasen nicht auf die in das zu besiegende Gehirn eindrangen es ist überflüssig zu bemerken dass die Unfähigkeit der Massen zum richtigen Schließen sie jeglicher Spur kritischen Geistes beraubt so dass sie nicht imstande sind Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden und irgendetwas scharf zu beurteilen die von den Massen angenommenen Urteile sind nur eingeflößte niemals geprüfte Urteile in dieser Beziehung erheben sich sehr viele Menschen nicht über die Masse die Leichtigkeit mit der gewisse Meinungen allgemein werden hängt vor allem mit der Unfähigkeit der meisten Menschen zusammen sich aufgrund ihrer eigenen Schlüsse eine besondere Meinung zu bilden § 3 Die Einbildungskraft der Massen Wie bei allen Wesen bei denen das logische Denken nicht ins Spiel kommt ist die Einbildungskraft der Massen sehr mächtig sehr wirksam und lebhaft erregbar Die durch eine Person ein Ereignis einen Unglücksfall in ihnen ausgelösten Vorstellungsbilder besitzen beinahe die Lebhaftigkeit der wirklichen Gegenstände Ein wenig gleichen die Massen dem Schläfer dessen zeitweilig aufgehobenes Denken in seinem Bewusstsein Bilder entstehen lässt die äußerst intensiv sind sich aber schnell verflüchtigen würden könnten sie ins Licht der Reflexion fallen Die Massen die weder der Reflexion noch des logischen Denkens fähig sind kennen das unwahrscheinliche nicht Nun sind aber gerade die unwahrscheinlichsten Dinge in der Regel die am meisten auffallenden Daher werden die Massen stets durch die wunderbaren und legendären Seiten der Ereignisse am stärksten ergriffen Bei der Analyse einer Zivilisation findet man dass das Wunderbare und Sagenhafte in Wirklichkeit die ganze Stütze derselben ist In der Geschichte hat der Schein alle Zeit eine größere Rolle als die Wirklichkeit gespielt Das Irreale hat stets den Vorrang vor dem Realen Die Massen können nur in Bildern denken und lassen sich nur durch Bilder beeinflussen Bloß diese schrecken oder verführen sie und werden zu Motiven ihres Handelns So haben denn auch die Theater Vorstellungen die das Bild in klarster Sichtbarkeit geben auf die Massen stets einen ungeheuren Einfluss Brot und Spiele bildeten dereinst für den römischen Plebs das Glücksideal über das ihm nichts ging und dieses Ideal hat sich im Laufe der Zeiten wenig geändert Durch nichts wird die Fantasie der Massen aller Art so stark erregt als durch Theatervorstellungen Die ganze Versammlung empfindet gleichzeitig dieselben Gefühle und wenn sich diese nicht sofort in Handlungen umsetzen so geschieht das eben nur deshalb weil auch der unverständlichste Zuschauer nicht im Zweifel sein kann dass er das Opfer eine Illusion ist und dass er über Abenteuer die nur in der Fantasie bestehen gelacht oder geweint hat oft aber sind die durch die Bilder ausgelösten Gefühle so stark dass sie gleich den gewöhnlichen Suggestionen die Tendenzen zur Umsetzung in Handlungen aufweisen wiederholt wurde die Geschichte von jenem Volkstheater erzählt welches nur Trauerspiele aufführte und den Schauspieler der die Rolle des Verräters inne hatte nach Vorstellungsschluss beschützen musste um ihn den Angriffen der über die wenn auch nur imaginären Verbrechen dieses Verräters empörten Zuschauer zu entziehen Es ist dies meiner Meinung nach eines der markantesten Beispiele für den geistigen Zustand der Massen und besonders für die Leichtigkeit mit der man ihnen so etwas suggeriert Das Unwirkliche beeinflusst sie fast ebenso stark wie das Wirkliche Sie haben die sichtliche Tendenz zwischen beiden keinen Unterschied zu machen Auf die Fantasie des Volkes gründet sich die Macht der Eroberer und die Kraft der Staaten Auf sie besonders muss man wirken wenn man die Massen hinreißen Alle bedeutenden geschichtlichen Ereignisse die Entstehung des Buddhismus des Christentum des Islam der Reformation der Revolution und in der Gegenwart der drohende Einbruch des Sozialismus sind die unmittelbaren oder entfernten Folgen starker Eindrücke auf die Massen Fantasie Es haben denn auch die großen Staatsmänner aller Zeiten und Länder inbegriffen die absolutesten Despoten in der Volksfantasie die Basis ihrer Macht erblickt und sie haben niemals versucht gegen sie zu regieren Ich Ich habe sagte Napoleon zum Staatsrate den Krieg in der Vendée beendigt indem ich katholisch wurde in Ägypten habe ich Fuß gefasst dadurch dass ich mich zum Moselmann machte und die italienischen Priester gewann ich indem ich Ultramontan wurde Würde ich über ein jüdisches Volk herrschen so würde ich den salomonischen Tempel wieder aufbauen lassen Seit Alexander und Cäsar hat vielleicht niemals ein großer Mann besser gewusst wie auf die Massenfantasie Eindruck zu machen ist Napoleons ständige Sorge war sie zu erregen darauf sanne er in seinen Siegen seinen Reden seinen Abhandlungen seinen Handlungen und noch auf seinem Totenbett Wie macht man auf die Massenfantasie Eindruck Wir werden es gleich sehen Einstweilen sei nur gesagt Es geschieht niemals durch den Versuch auf Verstand und Vernunft das heißt durch Logik zu wirken Nicht mittels einer gelehrten Rhetorik vermochte Antonius das Volk gegen die Mörder Cäsars aufzuwiegeln sondern dadurch dass er ihnen Cäsars Testament vorlas und ihnen Cäsars Leichnam zeigte Alles was die Fantasie der Massen erregt stellt sich in der Form eines packenden und klaren Bildes dar das allen Nebensinnes bar ist oder nur einige wunderbare oder geheimnisvolle Tatsachen im Gefolge hat Einen großen Sieg Ein großes Wunder Ein großes Verbrechen Eine große Hoffnung Hundert Hundert Eifel 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 die doch viel größere Menschenleben und Warenzerstörungen bedeuteten, als bei dem erwähnten Ozeanfahrer hätten vorkommen können, kümmerten sich die Massen nicht einen Augenblick. Nicht die Tatsachen als solche sind es also, was die Volksfantasie erregt, sondern die Art und Weise, wie sie sich verteilen und darstellen. Sie müssen sozusagen durch ihre Verdichtung ein packendes Bild, welches die Seele erfüllt und ergreift, bewirken. Wer die Kunst, die Einbildungskraft der Massen zu erregen kennt, der kennt auch die Kunst, sie zu regieren. Viertes Kapitel. Die religiösen Formen der kollektiven Überzeugungen. Wir haben dargetan, dass die Massen nicht logisch schließen, dass sie viel mehr Ideen en bloc annehmen oder verwerfen, weder Diskussion noch Widerspruch dulden und dass die auf sie einwirkenden Suggestionen die Sphäre ihres Verständnisses völlig in Anspruch nehmen und sogleich in Handlungen sich umzusetzen bestreben. Wir haben gezeigt, dass die gehörig suggestionierten Massen bereit sind, sich für das ihnen suggerierte Ideal zu opfern. Wir sahen auch, dass sie nur heftige und extreme Gefühlsausdrücke kennen, dass bei ihnen die Sympathie rasch zur Anbeutung wird und dass sie sich, kaum entstanden, in Hass verwandelt. Diese allgemeinen Angaben lassen uns schon die Art ihrer Überzeugung ahnen. Die nähere Untersuchung der Überzeugungen der Masse, die sie ebenso in den Zeiten des Glaubens als in den großen politischen Erhebungen etwa im verflossenen Jahrhundert auftreten, ergibt, dass diese Überzeugungen stets eine besondere Form annehmen, die ich nicht besser zu bestimmen vermag als durch den Namen des religiösen Gefühls. Dieses Gefühl besitzt sehr einfache Merkmale. Anbetung eines vermeintlichen höheren Wesens, Furcht vor der ihm zugeschriebenen magischen Gewalt, bringende Ergebung, blinde Ergebung unter dessen Befehle, Unfähigkeit zur Diskussion über dessen Dogmen, Streben nach deren Verbreitung, Tendenz jene als Feinde zu betrachten, die sie nicht annehmen. Ein solches Gefühl mag sich auf einen unsichtbaren Gott, ein steinernes oder hölzernes Idol, auf einen Helden oder auf eine politische Idee richten. Sobald es die angeführten Merkmale aufweist, ist es religiösen Charakters. Das Übernatürliche und das Wunderbare finden sich hier in gleichem Maße. Die Massen bekleiden unbewusst die politische Formel oder den siegreichen Anführer, der sie für den Augenblick zur Schwärmerei verführt, mit einer mystischen Gewalt. Nicht bloß, wenn man eine Gottheit verehrt, ist man religiös, sondern auch dann, wenn man alle Kräfte des Geistes, alle Willensergebungen, alle Gluten des Fatanismus, dem Dienste einer Ursache oder eines Wesens weit, welches zum Ziel und Führer der Gedanken und Handlungen wird. Zum religiösen Gefühl gehören notwendig Intoleranz und Fanatismus. Sie sind unausbleiblich bei jenen, welche sich im Besitze des Geheimnisses des irdischen oder himmlischen Glücks glauben. Diese beiden Züge finden sich bei allen zu Gruppen vereinigten Menschen, wenn irgendein Glaube sie erhebt. Die Jakobiner der Schreckenstage waren ebenso tief religiös wie die Katholiken der Inquisition und ihr grausamer Eifer entfloss der gleichen Quelle. Die Überzeugungen der Massen nehmen die dem religiösen Gefühle eigenen Eigenschaften der blinden Ergebenheit, der grausamen Intoleranz und des Bedürfnisses nach gewaltsamer Propaganda an. Daher kann man sagen, alle ihre Glaubensinhalte haben eine religiöse Form. Der Held, dem die Masse zujubelt, ist für sie in der Tat ein Gott. Napoleon war es 15 Jahre lang und nie hat eine Gottheit eifrigere Anbeter gehabt. Auch sandte keiner die Menschen leichter in den Tod. Die Gottheiten des Heldentums und des Christentums übten niemals eine vollkommenere Herrschaft auf die von ihnen gewonnenen Seelen aus. Alle Stifter eines religiösen oder politischen Glaubens haben diesen nur dadurch begründet, dass sie es verstanden, den Massen jene Gefühle des Fanatismus einzuflößen, welche bewirken, dass der Mensch sein Glück in der Anbetung und im Gehorsam findet und gewillt ist, sein Leben für sein Idol zu lassen. So war es zu allen Zeiten. Fustel de Coulanges bemerkt in seinem schönen Buche über das römische Gallien, dass das römische Imperium sich keineswegs durch seine Kraft, sondern durch die religiöse Bewunderung, die sie einflößte, erhielt. Es wäre in der Weltgeschichte ohne Beispiel, dass eine von den Völkern verabscheute Herrschaft fünf Jahrhunderte gewährt hat. Es wäre unerklärbar, dass 30 Legionen des Kaiserreichs 100 Millionen Menschen zum Gehorsam haben zwingen können. Sie gehorchten, aber nur, weil der Kaiser, der die Größe Roms repräsentierte, einmütig als Gott verehrt wurde. Im kleinsten Flecken des Reichs besaß der Kaiser seine Altäre. In jener Zeit sah man, von einem Ende des Reiches zum anderen, in den Seelen eine neue Religion entstehen, deren Gottheiten die Kaiser selbst waren. Einige Jahre vor der christlichen Ära errichtete ganz Gallien, welches durch 60 Städte repräsentiert ward, dem Augustus gemeinsam einen Tempel bei Lyon. Seine Priester, die von der Gesamtheit der gallischen Städte gewählt wurden, waren die ersten Persönlichkeiten ihres Landes. Es ist unmöglich, dies alles der Furcht und knechtischen Unterwürfigkeit zuzuschreiben. Ganze Völker sind nicht knechtisch, und sie sind es nicht drei Jahrhunderte lang. Nicht die Höflinge verehrten den Fürsten, sondern Rom. Nicht Rom allein, sondern auch Gallien, Spanien, Griechenland und Asien. Heutzutage besitzen die meisten der großen Seeleneroberer keine Altäre mehr, wohl aber Statuen oder Bilder. Und der Kultus, den man mit ihnen treibt, ist von dem ihnen der einst Erwiesenen nicht erheblich verschieden. Die Philosophie der Geschichte versteht man erst dann ein wenig, wenn man sich von diesem Angelpunkt der Massenpsychologie recht überzeugt hat. Für die Massen muss man entweder ein Gott oder nicht sein. Man glaube nicht, es seien dies nur abergläubische Anschauungen einer anderen Zeit, die die Vernunft endgültig verscheucht hat. In seinem ewigen Kampf mit der Vernunft wird das Gefühl niemals besiegt. Wohl mögen die Massen die Worte der Gottheiten und der Religionen, denen sie so lange Zeit dienten, nicht mehr hören. Aber sie haben zu keiner Zeit so viel Fetische besessen als seit hundert Jahren. Und niemals haben sich die alten Gottheiten so viele Statuen und Altäre errichten lassen. Wer in diesen letzten Jahren die unter dem Namen des Boulangismus bekannte Volksbewegung studiert hat, der konnte sehen, wie leicht die religiösen Instinkte der Massen der Erneuerung fähig sind. Kein Dorf-Wirtshaus gab es damals, das nicht ein Bild des Helden besaß. Man schrieb ihm die Macht zu, alle Ungerechtigkeiten, alle Übel zu steuern und tausende Menschen hätten für ihn ihr Leben hingegeben. Welche Stelle würde er in der Geschichte eingenommen haben, hätte sein Charakter nur ein wenig der um ihn gewobenen Legende Stich halten können. Es ist denn auch eine sinnlose Banalität, wenn man betont, die Massen bedürften einer Religion. Denn alle politischen, religiösen und sozialen Glaubensinhalte finden bei ihnen nur Eingang in der religiösen Form, die sie in jeder Diskussion erhebt. Wäre der Atheismus den Massen zugänglich, so würde er bei ihnen den ganzen intoleranten Eifer eines religiösen Gefühls erlangen und in seinen äußeren Formen bald zu einem Kultus werden. Ein interessantes Beispiel dafür gibt uns die Entwicklung der kleinen positivistischen Sekte. Es ist hier sehr rasch das widerfahren, was jenem Nihilisten, dessen Geschichte der Tiefe Dostoyevsky erzählt, widerfuhr. Eines Tages vom Geiste erleuchtet zerbrach er die Bildwerke der Gottheiten und Heiligen, welche den Altar einer Kapelle schmückten, löschte die Kerzen aus, ersetzte unverzöglich die zerstörten Bildwerke durch die Werke einiger atheistischer Denker sowie Bücher und Moleschott und entzündete sodann pietätvoll neue Kerzen. Der Gegenstand seines religiösen Glaubens war ein anderer geworden, aber hatten sich seine religiösen Gefühle geändert? Ich wiederhole, gewisse historische Ereignisse und gerade die wichtigsten kann man nur verstehen, wenn man sich von jener religiösen Form, welche die Überzeugungen der Massen schließlich stets annehmen, Rechenschaft gegeben hat. Es gibt soziale Phänomene, die man mehr als Psychologe denn als Naturforscher studieren muss. Unser großer Historiker Tane hat die Revolution nur als Naturforscher studiert und deshalb ist ihm die wirkliche Entstehung der Ereignisse recht oft entgangen. Er hat die Tatsachen oft vorzüglich beobachtet, aber aus Mangel an Massenpsychologie nicht immer die Ursachen jene erfasst. Da die Tatsachen ihn durch ihre blutige, anarchische und wilde Seite erschreckten, zu seien den Helden der großen Epoche nur eine Horde epileptischer Wilder, die sich ihren Treiben zügellos hingaben. Die Gewalttaten der Revolution, ihre Metzeleien, ihr Bedürfnis nach Propaganda, ihre Kriegserklärungen an alle Könige erklären sich nur, wenn man bedenkt, dass sie nichts als die Befestigung eines neuen religiösen Glaubens in der Massenseele war. Die Reformation, die Bartholomäus-Nacht, die Religionskriege, die Inquisition, die Schreckens-Tage sind Erscheinungen derselben Art, hervorgerufen durch Massen, welche von jenen religiösen Gefühlen belebt waren, die notwendig dazu führen, schonungslos mit Feuer und Schwert alles auszurotten, was sich der Herrschaft des neuen Glaubens entgegenstellt. Das Verfahren der Inquisition ist dasjenige aller wahrhaft Überzeugten. Sie wären keine Gläubigen, wenn sie anders verführen. Umwälzungen, gleich jenen, die ich erwähnte, sind nur möglich, wenn die Massenseele sie ins Leben ruft. Die absolutesten Despoten könnten sie nicht entfesseln. Wenn die Historiker uns erzählen, die Bartholomäus-Nacht sei das Werk eines Königs gewesen, so bekünden sie, dass sie die Psychologie der Massen ebenso wenig wie die der Könige verstehen. Solche Manifestationen können nur der Massenseele entspringen. Die absoluteste Macht des despotischsten Monarchen reicht nicht weiter als zu einer geringen Beschleunigung oder Verzögerung des Moments. Nicht die Könige haben die Bartholomäus-Nacht die Religionskriege verursacht und nicht Robespierre, Danton oder Saint-Jean sind die Urheber der Schreckenstage. Hinter solchen Ereignissen findet sich stets die Massenseele, niemals die Macht der Könige. schrecken schrecken mit Schrecken der Schrecken